Jo Brattans, was geht ab? Heute Fisch im Frenzy, Freispiele auf 2 Euro und 4 Euro. Mal gucken, was Geiles gibt. Fängt schon mal ganz gut an mit der ersten Drehung. Nicht vergessen, Kanal abonnieren, Daumen hoch, kommentieren. Vielen Dank für die Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020